und damit was zur hölle wieso bin ich jetzt gerade durchgefallen ich war doch gar nicht herzlich willkommen zu let's play to rock was warum ich bin doch nicht drüber gesprochen ich bin gerade wirklich durchgeflogen ich bin ganz ehrlich zu euch ich weiß ein bisschen faul oder nur mal geschaut wo das chronozepter liegt und wisst ihr was das ärgerlichste ist es ist direkt am ende also klar ich sinnlos rumsuche wenn ich dann nicht mal weiter weiß dann werde ich öfter mal die hilfe verwenden einfach das ist ein baum wird interessant könnte auch mal ach so das habe ich noch ich habe in der folge geschaut ich glaube es gibt noch zwei große bosse da bin ich mal sehr gespannt drauf vielleicht aber auch nicht vielleicht gibt es auch nicht für jeden endboss was es gibt anscheinend auch nicht wie in turok 2 ein extra achievement wenn man es auch schwer geschafft hat das ist ein bisschen schade ach so ja natürlich hier also ich habe es ja damals auf extrem oder sehr sehr auf sehr schwer gespielt aber gab halt ein extra achievement war aber auch super schwer muss ich sagen okay wenn man nur noch durch rennen muss ist es wirklich kommt man wirklich schneller vorwärts man muss nicht so oft schauen wo gegner kommen sondern kann wirklich sagen auf auf und davon doch hier geht es weiter neben springen das wäre super so jetzt sind wir schon fast durch das muss ich auch nirgendwo mal überall hochlaufen misst 4 oh ist das da vielleicht okay ich glaube da hinten ist der chronozeptor teil seht ihr es ich glaube okay ich hatte das ding sogar schon gesehen ich hatte das scheißding sogar schon gesehen das gibt es nicht aber das war gerade das ende und ja ich werde bloß noch mal in die level reingehen um die ganzen secret zu holen weil es gibt anscheinend 25 so ungefähr also ich hätte es mal so um die 25 wird es geben wenn ich die secrets zufällig finde ich habe glaube ich noch im ersten level secrets gefunden und dann gar nicht mehr aber manche sind also ich habe ja in tempel ruin als sie geschaut hat wo es weitergeht habe ich mir gedacht boah was du musst irgendwelche random wände einfach mal auf sprengt ok secrets schön und gut aber das fand ich ja schon ein bisschen heftig ich weiß auch jetzt schon die die secrets zu finden wird auch nicht leicht genau hier kann ich jetzt auch einfach durch latschen das ist wie in tor 2 einmal durchgekommen musst du nicht mehr alle gegner noch mal besiegen das ist echt praktisch soll diesmal weiß ich aber was ich machen muss jetzt muss ich bloß gucken dass ich diesen sprung hinten gut schaffe weil der war echt irgendwie hässlich klar gegner kommen immer noch aber auch hier war schon tot deutlich weniger so hier ging es nach unten wenigstens weiter es gibt halt einen kompletten walkthroughs wo ist das spiel im internet auch hier sind am ende also ernsthaft bitte es ist echt auch nach einem secret warum ist das in dem secret diesmal versteckt das war bei den anderen nie in secret gut dann haben wir es aber so so alles gefunden 6 wo ist die 7 das verlorene land aha okay hier fehlen auch die zwei schlüssel interessant das verlorene land ist ja das was was der primation den grillin versprochen hatte und ich wusste immer nicht was das ist und das ist genau das hier aber hier gibt es leider von eva keine diese eva oder eva keine einführung also samson turok 2 tatsächlich besser gemacht so eine kleine einführung uiuiuiui komm noch mehr da haben wir diese alien waffe gerade gefunden ok da kommt wieder hoch oh die erinnere mich ein bisschen an die flash eater danke 2 2 2 3 4 hochgekommen so hier geht es weiter ok ihre schütze gehen sehr sehr schnell das ist ein problem naja kämpfer wie es aussieht hier gibt es bewaffnet raptoren erinnert mich total an die dinosaurs aber das ist natürlich der teil der vorher war damit habe ich mit so was rechnet man hier nicht mehr ja schon tot da geht doch warum es ja noch so ist ich weiß aber auch so nicht nicht so genau weil sie mit diesen verlorenen land so auf sich hat das ist der alter und ich schieße auch noch mit herpredos oder irgendwas ok ich habe gelernt leute die mit torpedos mit sachen auf die schießen und ich beißen sind meistens nicht deine freunde er ist tot mal sehen ok älter gut und mir aus das ist mir nicht wert da müssen wir anscheinend hoch ich muss ja die töten dadurch zu kommen ich verstehe ich glaube letzten level wartet nur ein boss kampf auf mich im allerletzten ziemlich sicher jetzt sind wir hier ok naja haben wir das da geöffnet gut so kann man das auch machen raketen ab das ist ein echt dieser das ist eine art dinosaur extrem 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 deines muss die echt auslösen das ist total bescheuert ach was soll es ich krieg bestimmt noch was dafür ein triceratops wieder bewaffnet ok der schießt anscheinend mit ich hätte wahrscheinlich irgendwo ein granatwerfer finden können alter geht aber drauf wie krank ich glaube ich glaube es ist besser wenn ich da dran springe oder ich glaube den sprung sonst hätte ich nicht geschafft was ist das da das ist ein raketenwerfer oder er wird nicht der letzte sein das ist das Dann kriege ich hier gerade auf die Fresse. Hier geht es echt scheiße. Dann kriege ich hier auf die Fresse. Dann kriege ich hier auf die Fresse. Das ist auf jeden Fall alles andere als einfach. Hier hat schon so seine Schwierigkeit. Das war, glaube ich, gerade noch nicht da, oder? Die Pflanze kommt wieder. Spawn die Sachen noch? Vielleicht aber auch nur bei der Pflanze, wenn die wiederkommt. Hier war ich gerade schon okay, jetzt geht es hier irgendwo weiter. Vielleicht war es auch einfach nur zwei Pflanzen, das kann auch sein. Es scheint nicht mehr zu sein, wie es aussieht. Das war's. Das ist auch eine maximale Rüstungsanzahl, das wäre auch lustig. Ah, ich bin voll. Okay, damit habe ich mein Leben vollkommen wiederhergestellt, wie es aussieht. Das ist ein Ultraleben, das ich aber nicht brauche. Moment. Gibt es gar nicht mehr. Gibt es ja gar keinen Ausgang, das ist wirklich nur zum Aufladen und dann abhauen. Okay. Von mir aus. Guck mal, obwohl scheiße ich drauf jetzt. Bin mir nicht sicher. Ob man diesen Sprung schaffen kann, wahrscheinlich nicht. Gut. Dann haben wir das rausgefunden. Gut, es ist meine Rüstung und alles weg. Schöne Sache. Habe ich alles besatz gemacht. Ich versuche jetzt mal einen normalen Weg. Vielleicht auch von hier. Ah, Fusionskanone. Okay, das ist aber nicht so richtig gedacht, aber ist egal. Ah, das ist höher, ich verstehe. Ah, gut, ich kämpfe gegeneinander, das ist sehr angenehm. So ein Scheiß Shambana. Alter, was? Und ich bin tot. Ah ja, ich wurde schon lange nicht mehr so getötet. Das war aber echt heftig für Schaden, den ich anlitten habe. Aber ich glaube, die Leben habe ich relativ schnell wieder drin. Das war schon echt mies hier. Ich habe es auch tatsächlich nicht gesehen, weil ich so von den anderen Sachen abgelenkt war. Also diese roten Dinger sind schon heftig. Oh, sehr viel Jump'n'Run. Oh, sehr viel Jump'n'Run. Ich muss aber hier gegenüber Turok 2 gegenhalten. Die Sprung-Einlagen sind immer fair gewesen bisher. Also bei Turok 2 gab es ein paar Bereiche. Die Höhle der blinden Jäger. Da gab es eine... Da gab es ja dieses komischen Drehdinger. Und wenn du Pech hattest, dann... Dann haben die sich so scheiße gedreht, dass du halt nicht mal richtig springen konntest. Und dann warst du echt am Arsch. Jetzt haben wir noch... Die will ich noch nicht einsetzen. Das... Aber warum nicht mal das? Ich war gerade so eine scheiße in Triceratops, aber... Passt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also muss ich hier irgendwas suchen? Schlüssel und Konnozepter, ok Also muss ich hier irgendwas suchen? So, kriegt man schon irgendwie gebuckt? Frage ist, wo es weitergeht? Ich gehe mal davon aus, dass es hier weitergeht Ah, vielleicht ist da ein Schlüssel oben. Ich gucke erst mal Ehe ich dann umsonst laufe Was zur Hölle Hat das überhaupt irgendwas gebracht? Bin hier oben, schön Hat aber sonst absolut keinen Sinn So, ich habe diese Ultra Leben gekriegt, aber das war's Ah, ist wie der Skorpion Raketenwerfer Okay Die Röhne ist aber gar nicht groß genug, um die Dinger richtig zu benutzen, oder? Der Tech-Bogen ist hier so stark. Ich glaube, ich hätte nicht runterspringen sollen, oder kommt wieder hoch. Ich glaube, das war was für später. Ach, scheiße. Und da komme ich jetzt auch wieder hoch. Ah, ich glaube, ich komme wieder hoch. Okay. 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 Das ist schon echt krank. Oh, das Ding wollte ich eigentlich mal ausprobieren. Aber vielleicht mal anders. Wenn man sich anscheinend mit der Munition auszugehen. Nicht cool. Das ist halt echt das Problem, wenn ohne die Rucksäcke geht die halt wirklich recht schnell die Munition aus, finde ich. Das merkt man, wenn man die nicht hat. Okay. 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 Wo geht's hier hin? Ach, hat man schon. naja jetzt sind wir hier das haben wir glaube ich schon gesehen blödes dreckvieh irgendein hier scheint der richtige der normale weg zu sein das hier ist es wahrscheinlich nicht wollte ich nicht ich komme schon klar der bereich ist auch unbekannt ich gehe mal hier lang okay 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 Okay, in Karnata war's gut. Und jetzt können sie das verlorene Beland behalten, das ist echt. Sagt Bier persönlich überhaupt nicht zu. Oh, ich dachte gerade, das geht, wir sind die Lava runter. Das wäre schon ein wenig scheiße. Ach, das ist gar keine Lava. Das ist gar keine Lava, was ist das für eine Verarsche? Ich dachte einfach nur, oh, vielleicht ist da was hinten. Wie gemein. Oh, da fällt mir ein. Das war Let's Play Turok für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.